Bost, Bruder, morallycus cher, die kommen gleich rauf. Ha. Hä? Oh Scheiße, nicht schon wieder, da ist schon die fünfte Pistole diese Woche. Oder Müller, könntest du nicht runterkommen? Leck mich auf den Arsch, du fette Sau. Fettsau, alles klar, ist schon gut. Oh, kein Respekt. Ich bin auch kurz, ab ihn. Kleine Pause. Ha, Fettqualle, das war dein letzter Döner. Ja, willst mich jetzt erschießen? Ja, meinst du dann, du Fettarsch. Ja, aber... So lass mich da erstmal ausreden, Bub. Es ist physikalisch nicht möglich, ich bin zu fett. Oh, das gibt's doch nicht, lass es doch sein. Jetzt halt die Schrauzel! Es ist nicht möglich, du verschwendest deine Munition. Das ist doch ein Schandes, das doch. Das gibt's nicht. Da red's doch gleich gegen die Wand. Hör auf damit! Juhu! Das ist schon versuchter Mord, das weißt du. Okay, ich sag nichts mehr. Das ist ja schon mal, was das ist. Na, wie schmeckt dir das, du fette Sau? Ja! So, war ich mir nicht schlecht. Mach schon! So, so kann man doch nicht töten! Ja, Sabrina, ihr könnt's den Müll abholen. Das ist noch ein süßes Brauch. Ja, Sabrina, bringt's doch noch was zu essen. Ja, servus, Alter! Nö! Na gut, mach's auch was! Die Zeit noch anderes machen! Töne!